halli hallo mein lieben homies willkommen zu einer weiteren tagesquest von assess squid origin so ich habe mit räder gesprochen wir sollen die löwen töten und das machen wir natürlich auch erstmal hallo sehen was es geht bei dir sister so lavina auf geht die post schauen wir mal wie viele da sind oder ob es wieder nur einer ist wir lassen uns überraschen sagen wir bleiben direkt auf lavina drauf immer gewiss immer kreise meine monos immer die gegner schwindelig spielen so kann man es schafft wo es sehen ja gut sehen oder unten müssen wir jetzt nicht hin dann gehen wir mal schnell zu reden müssen wir jetzt hin reiten aber das ist für uns kein problem wiener schnell wieder blitzen so kommt auf jeden fall eine folge und ich denke mal wir machen eine runde fortleid ich habe mir gedacht gotter wo machen wir mal zum wochen erleben für samstag sonntags wenn ich nichts anderes macht dann haben wir so meine folge wird davor raus wenn der tipps habt für mich bei fortleid das wird mich wissen wenn auf jeden fall jetzt denke ich war donnerstag mal wieder so eine dreiviertel stunde stunde livestream ausprobieren klappt vielleicht ein bisschen stress wegen meiner katze und so alles cool das machen wir schon alles ganz in ruhe erstmal gehen wir jetzt mit rädern sprechen und unsere tagesquests wieder meisterhaft abgeschlossen ist weil wir einfach nur kinder in diesem spiel sind na gehen wir uns auf den sack oder nicht feiglinge gleich haben wir es geschafft meinen die monos sehr schön nice damit hat man dann haben heute die tagesquests auch wieder erledigt das war unter die lawiner ja wieder was geht mein bro was mache ich mit der waffe die er schon bezahlt hat und weitere schwer grasbeißer selten einfache schwert alles klar dankeschön räder wunderbar so verabschieden wir uns der lawiner unseren lieben homies mein lieben homies ich bedanke mich fürs zuschauen und sage bis zum nächsten tagesquests auf wiedersehen